Herzlich Willkommen zu diesem Video. Du möchtest wissen, was du tun solltest, damit dich deine Kunden nicht mehr ghosten. Dann bleib auf jeden Fall bei diesem Video dran und dann sehen wir uns gleich nach diesem Intro wieder. So, herzlich Willkommen zu dem heutigen Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Saar-Chambo an meiner Seite geholt und wir wollen heute darüber sprechen. Ja, was ist passiert, wenn dich deine Kunden ghosten? Neudeutsch sagt man ja mittlerweile ghosten. Also wir meinen damit einfach nur, Kunden melden sich nicht mehr bei dir. Entweder sei es jetzt ein Termin, der nicht mehr wahrgenommen wird und danach kommt nichts mehr. Oder sei es, du hast ein Angebot geschrieben und danach kommt nichts mehr vom Kunden. Weil ich kriege das tatsächlich mittlerweile relativ häufig mit, leider Gottes, in den Gesprächen bei unseren Kunden. Da wird viel Arbeit reingesteckt und am Ende des Tages, ja, wird halt, wie gesagt, neudeutsch geghostet. Und die Frage ist immer so ein bisschen, was führt dazu und wie kann ich das natürlich auch vermeiden in Zukunft? Weil, ja, es ist halt super ärgerlich. Das sollte man in irgendeiner Form vermeiden. Ansonsten, ja, bleibt einfach Umsatz auf der Strecke. Und man muss sich halt ehrlicherweise einfach mal die Frage stellen, okay, warum ghosten Leute? Also ich kriege das, wie gesagt, bei uns in den Gesprächen immer mit. Und da fallen dann immer so Sätze wie, ja, auf die Kunden kannst du dich nicht mehr verlassen. Und keine Ahnung, irgendwie die Mentalität hat sich geändert. Ja, kann vielleicht sogar sein. Aber die Frage ist ja, wenn ich wirklich Interesse an irgendetwas habe oder wenn ich alles verstanden habe, ghoste ich denn wirklich jemanden? Und da geht es jetzt auch gar nicht darum, ob das der gute Ton ist, ob man nicht wenigstens absagen könnte. Bin ich auch der Meinung, könnte man mit Sicherheit. Aber die Frage ist, wie kommt es überhaupt erstmal dazu? Und die Sache ist ja die, wenn ich jetzt irgendjemanden, wie gesagt, ghoste oder mich nicht mehr melde, dann habe ich da vorher scheinbar irgendein Problem gehabt oder irgendwas passt nicht, stört mich, wie auch immer. Und gerade beim Thema Angebote, also ich persönlich kriege es tatsächlich am häufigsten mit, wenn Angebote geschrieben werden, kommt einfach keine Rückmeldung mehr. Dann frage ich immer, okay, wie wurde denn das Angebot überhaupt unterbreitet? Wurde da drüber gesprochen? Oder ja, nee, das wird jetzt per Mail rausgeschickt oder per Post oder wie auch immer. Ja, okay, dann muss ich mir halt die Frage stellen, gut, der Kunde kriegt da, ich sage mal, fünf Seiten Papier, zwei Seiten Papier, wie auch immer. Da entstehen wahrscheinlich hunderte Fragen, die irgendwo aufkommen. Der Kunde versteht das alles nicht, er hat irgendwie keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Entscheidet sich vielleicht für einen anderen Anbieter, bei dem er dann eine Beratung direkt mit dem Angebot bekommt. Kauf da, ja, und deswegen ghoste ich dann vielleicht. Also das ist jetzt nur eines von vielen Szenarios, aber Szenarien war ich. Wir müssen uns halt wirklich mit der Frage auseinandersetzen, okay, was könnte jetzt in meinem ganzen Prozess passiert sein bis dahin, damit die Leute in irgendeiner Form abgeschreckt sind? So, das Gleiche bei der Terminabmachung. So, Termine werden gemacht, aber nicht mehr wahrgenommen. Sind jetzt alle Leute draußen unzuverlässig geworden? Und ich vermute nicht, also wie gesagt, vielleicht ein paar mehr als noch vor zehn Jahren oder sowas, aber auf jeden Fall nicht alle. So, und da ist es halt so, ich würde so einfach sagen, die Konkurrenz ist einfach ein bisschen höher geworden. Die Leute, ja, melden sich vielleicht nicht nur bei einem Betrieb, sondern vielleicht bei zwei Drive-Betrieben, haben dadurch vielleicht ein bisschen Vergleiche. Und vielleicht ist ja auch einfach der Punkt entstanden, dass in dem Termin oder in der Terminabmachung irgendwas gesagt wurde, irgendein Gefühl vermittelt wurde, was dazu führt, dass die Person den Termin zwar macht, aber mit einem schlechten Gefühl da rausgeht. So, und was ich dir da einfach nur in die Hand geben möchte, ist auch quasi eine Technik oder ein Tipp, den ich jedem unserer Partner mitgebe. Also, wenn dir sowas passiert, akzeptiere es vielleicht erstmal, du kannst es dir wahrscheinlich eh nicht ändern, also man kann jetzt auch mit zwei, drei verschiedenen Nummern da mal anrufen und versuchen, irgendwas zu erzwingen, kann auch funktionieren. Aber ich würde empfehlen, in beiden Fällen, ob es jetzt Termine sind oder Angebote, vier Wochen, acht Wochen später einfach nochmal anzurufen und ohne da jetzt eine große Intention zu verfolgen, einfach zu fragen, okay, warum ist es denn so passiert? Weil du kriegst ja in der Regel wirklich, ja, spannendes Feedback einfach für deinen Prozess raus. Die Problematik ist allerdings nur, das Ganze muss nicht unbedingt passieren, bevor du jetzt irgendwas ausgemacht hast, ein Termin oder ein Angebot, sondern kann auch danach passieren bei Themen, die irgendwo außenrum passieren, die du vielleicht gar nicht siehst. Da sagt der Kollege aber noch ein bisschen was zu. Ja, es ist ja immer etwas Zeit, die vergeht, ja, inzwischen Termin und Angebot und diese Zeit, da hat der, ich sag mal, der Kunde am Ende oder der Interessent Möglichkeiten, sich noch mehr über dich zu informieren. Ich meine das bewusst, vielleicht hat er das Angebot und will jetzt nochmal Referenzen anschauen oder will nochmal gucken, kann ich diesem Unternehmen vertrauen? Und jetzt ist es halt wichtig, dass man so eine Weitsicht entwickelt auf sein eigenes Unternehmen. Das heißt, idealerweise spielst du mal Interessent und googlest dich selber und findest heraus, was man so über dich findet. Und auch die kleinsten negativen Kommentare können dazu führen, dass sich jemand dann nicht mehr bei dir meldet. Und das meine ich genau so, also liest euch gerne mal eure eigenen Google-Bewertungen durch. Und wenn jetzt zwei von hundert negativ sind, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber wenn du gerade mal fünf Bewertungen hast und davon sind drei negativ, dann kann das ein Grund sein, warum er sich nicht mehr bei dir meldet oder warum er nicht mehr bei dir ans Telefon geht. Und ja, sowas Banales kann es sein. Wir hatten auch einen Fall, da war es eine ganz andere Plattform Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter einfach schlecht behandelt wurden oder unzufrieden waren. Und dann denkt man sich als Interessent auch, ja okay, wenn er seine Mitarbeiter schon so behandelt, wie will er mich dann gut behandeln? Und das Ganze geht natürlich noch weiter. Da gibt es natürlich noch Facebook, da gibt es noch Instagram, da gibt es alle Kanäle, wo du vielleicht bist, vielleicht auch über die Anzeige, über die er sich eingetragen hat, worüber es danach vielleicht einen negativen Kommentar gegeben hat, den er mitbekommen hat. Also du merkst, worauf ich hinaus will, es gibt halt viele Punkte oder viele Stellen, wo einfach negative Kritik oder Gründe jetzt den easy way out, also den leichtesten Weg von dir wegzunehmen. Und gerade, weil du auch sagst, weil total ist die Moral ein bisschen anders, man holt sich mehr Vergleichsangebote. Und wenn ich dann drei Vergleichsangebote habe und bei zwei finde ich was Negatives, beim dritten nicht, dann ist es ziemlich human, dass ich mir den Bestbewertesten dann aussuche. Das Ganze kann man natürlich weiterspinnen. Wir haben eine ganze Reihe zum Thema, wie man Google-Bewertungen einholt, etc. Da kannst du dir gerne noch ein paar andere Videos von uns auf YouTube anschauen. Ich denke, für heute sollte es erstmal reichen. Ja, ich habe noch eine Anekdote, jetzt wo du es gerade gesagt hast zum Beispiel, weil es auch tatsächlich bei uns so passiert, also wir gehen um das Thema Bewerbungsgespräche und da war es so, nur dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie weit das manchmal um die Ecke gedacht ist. Also Bewerbungsgespräche wurden gemacht, aber wurden nicht wahrgenommen. Dann habe ich mit dem Kunden gesprochen, den man natürlich auch verärgert, habe ich ihm genau den Tipp gegeben, den ich gerade sagte, okay, ruf da doch einfach mal an, frag mal nach. So, und was ist rausgekommen? Man muss dazu sagen, der Kunde von uns, der hatte sich selber quasi mal auf der Baustelle abfotografieren lassen, also im Sinne von, hey, ich bin ein nahbarer Chef. Also es war in der Realität nicht so, ist ja auch gar nicht schlimm, aber er wollte sich halt so darstellen, hat sich auf der Baustelle mit seinen Kollegen ablichten lassen, das ist auf die Homepage gekommen und die Leute, die Bewerbungsgespräche gemacht haben, haben sich die Homepage angeschaut, haben das gesehen und gedacht, hey, ich habe jetzt irgendwie nicht so viel Lust, den ganzen Tag mit dem Chef auf der Baustelle rumzuhängen und haben die Bewerbungsgespräche nicht wahrgenommen. Also im Grunde genommen lag das ja schon auf einer falschen Tatsache, aber das soll dir einfach nur klar machen, okay, wie weit denken manche Leute wirklich um die Ecke? Auch das war jetzt für Thema Mitarbeitergewinnung, gilt für Neukunden aber genauso. Und da muss man sich halt die Frage stellen, wenn ich das Problem habe, Kunden oder Bewerber, wie auch immer, ghosten mich in irgendeiner Form, könnte das an irgendwas liegen, was da draußen noch über mich zu finden ist? Ja, aber gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Thema Website habe ich gerade schon fast vergessen. Also klar, es ist ja deine Visitenkarte und jetzt kann es sein, dass ihr über eine Anzeige von dir das erste Mal mit dir gesprochen habt, ihr habt vielleicht sogar einen Termin vereinbart und dann geht er erst das erste Mal auf deine Webseite. Und ja, man kann Umsatz machen ohne irgendeine gute Webseite, will ich nicht ausgehen, aber heutzutage ist es schon so, dass die Website ja einfach ein gutes Bild darstellen muss. Und wenn die jetzt von 1995 ist und man einfach sieht, dass die nicht aktuell ist, dann würde man sich auch denken, ja, wenn die Webseite schon so aussieht oder man könnte sich denken, wenn die Webseite schon so aussieht, wie arbeitet dann das Unternehmen? Und ja, du merkst es wieder, es gibt so viele Stellen, wo jemand abspringen könnte und das ist das, was wir dir eigentlich mit dem Video sagen wollen. Ja, könnte man ein großes Fass aufmachen, aber der Kollege meinte schon, schau dir das auf jeden Fall nochmal die beiden erfüllen Videos an und dann sagen wir vielen Dank, dir noch einen schönen Tag, bis dann. So, dann vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Lass uns an der Stelle auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, aktiviere die Glocke, damit du hier keine Videos mehr verpasst und wenn du wissen möchtest, welche Werbeplattform für dich die richtige ist, um Werbung zu starten, dann schau hier mal unter diesem Video vorbei. Da findest du das entsprechende Video und dann bis dahin. Bis dahin.